Hallo, heute stelle ich euch die Tomtoms vor. Die meisten von euch kennen diese Trommeln ja schon als Bestandteil vom Drumset. Heute allerdings erkläre ich euch kurz den Unterschied zwischen Tomtoms vom Drumset und Konzerttomtoms. Beim Konzerttomtom haben wir auf der vorderen Seite ein Fell, allerdings auf der unteren Seite kein Fell. Dieses Fell wird Resonanzfell genannt und dient, den Klang zu verlängern. Bam. Drumset-Fell haben wir auf beiden Seiten ein Fell. Hören Sie mal den Unterschied zwischen beiden Tomtoms. Hier das Drumset-Tomtom. Wie Sie hören, wird durch das Resonanzfell die Tonlänge verlängert. Beim Konzerttomtom ist der Klang sehr, sehr kurz, allerdings auch noch viel knackiger. Diese Trommeln gibt es auch in verschiedenen Größen. Und hier wird im fachlichen Bereich mit Zoll geredet. Oder auf Englisch Inch. Das kleine Tomtom hat 6 Zoll, 8, 10, 12, 14 und das größte 16. Allerdings gibt es auch noch Tomtoms mit Beinen. Die können noch viel größer sein. Tschüss. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!